Musik Lebes Bist von Spürer Hansen Jeri von X-Hüssen im Elsass. Was ist denn da zu Bisten? Es wird ja nicht mehr Bist heutzutage. Und was hat uns auch schon angehene Stelle in seinem Leben? Nichts als arbeiten, arbeiten. Und auch nicht, wann jemand drauf machen am Samstag oben, wenn du die Nase voll hast. Mein Gewissen ist süfer, gell Frau? Man kann uns nichts furchtzen werfen. Wir sind niejährig auf Lumpenspring ausgesehen. Ich habe auch keine Zeit dazu gehabt. Im Bett wurde geschlafen, weil du dahin bist, vom Arbeiten. Und in unserem Alter jetzt, um 10 Stich herum, hat sie den Wind ganz geleitet. Es ist auch besser so. Gell, Aldi? Wenn die Kirche gehe, wie jeden Sonntag, das gehört doch dazu, nicht? Das schickt sich doch. Was wäre denn das Elsass, wenn die Elsässer nicht in die Kirche gehen würden? Früher ist das alles ganz einfach gewesen, mit der Religion. Hast du deine Sonne gehalten, an Ostern hast du gebischt und deine 10 Gebote heruntergerappelt und noch bist geputzt und gewaschen gewesen. Heute aber, kommst du nicht mehr mit. Die Heiligen haben sie uns gepuldert und sind die Kirche gehen lange nicht, sagen sie heute. Man soll auch an die anderen denken und nichts für sie machen. An den Chili, an den Vietnam, an den Araber, an die Neger. Ja, denken dann die an mich, selber. Und haben wir nicht schon haschgelöst zu viel im Land und hätten wir uns nicht immer erzählt, dass die Neger viel Sinn und Schlitzgügel verdreht. Und wenn es nicht wahr ist, wie es heute jetzt auf einmal heisst, warum hätten wir es uns noch gesagt, jahrelang? Sollen doch die, die heute so prägen, doch auch einmal etwas für mich machen, wenn ich als wieder einmal genägt bin worden. Z.B. in Kerisch, wo jetzt fast alles Französisch ist, dass du nicht mitkommst so richtig und das halbe Letzte verstehst. Aber was will ich, wir sind jetzt halt Französisch und das Latinische hat ja auch kein Mensch verstanden, sagen sie. Hören doch mit Neger auf, Jere, alle singen. Ja, na. Aber noch hug ich alles noch her am Kischtisch, moralisch für dich. Hin, süff wie in unserer Plastikflasche und freue mich, warum es den Herrgott erlaubt, dass sie so den Schuchsch mit mir machen. Naja. Wenn es halt Möse sind. Habt ihr meinen Hiesel schon gesehen? Es ist eins von diesen alten in der Krämergasse, nicht einmal eben. Mit Glizinien bis unter der Gabel und einem Rebhell im Huft. Von denen gibt es viele in X Hüssen. Und von meiner Sucht gibt es viele da. Gewöhnliche Leute, nicht reich, nicht arm, aber Rest schaffen. Immer den geraden Weg gegangen. Schaffen in der Fabrik. Bühre ein bisschen zu Hause rum. Kinneln, Hühner, Obst, Gemäse und Kronbeeren. Keine Zeit für Lumpenspringen. Und wie gesagt, alle Sonne ins Amt. Und was sonst noch? Nichts mehr. Es hat auch bessere Leute in X Hüssen. Leute, die es zunächst gebraucht haben. Die wissen, wie man die Weltmann hier nicht. Die ein schönes Französisch reden. Die am Samstag Pizza essen gehen. Und heim ein Kellerbauer kommen, wo sie Whisky-Sieberlen. Das meiste sind es auswärtig hergelaufen. Die verkehren nicht mit uns. Wir passen auch nicht zu ihnen. Wir sind noch viel zu holprig und hinter dem Mondheim. Und es soll jeder bei seinen Stich bleiben. Das meine ich. Da gibt es auch keine Eifersucht. Gehle ist aber Rest. Es hat aber auch noch andere im Dorf. Es hat auch keinen Kurs, wie die besseren Leute heissen. Und ich muss es ja wissen. Abgesuffene Fühlenser, schon halbwesig einiges. Die machen Junge wie Kinder. Läuse im Staat das Kindergeld aus dem Sack. Wir können es nur bei Raben. Und ich wähle alle Rot. Na, dann würde ich wünschen, dass mal wieder einer kommt. Aber es ist ja nicht so verrückt zu sehen, wie der Hitler. Aber dass einer kommt, wo sie arbeiten lernen. Was löscht ihr mich denn so an, wie wenn ihr Faschist wäre? Ich weiss, was zu schaffen ist. Alle Morgen um halb sieben in den Zug. Im Zug widerst geratzt. Und nur an die Maschine als der Nämligriff dösisch mal, dass der verrückte Wurst dabei. Und auch, wenn es nach der SIGs erst heim ist, ist Füdi, Hähne, Kaput. Müscht noch Grenz mähen vor Nacht und das Vieh fächte machen. Häscht nicht einmal keine Lust mehr vor der Tele zu hören. Es ist doch mein, was sie bringen. Der Schwabe und der Franzose. Alles modern und pop, wie sie es haben. Müscht mitkommen. Ich kann es nicht. Ich brauche etwas für das Gemüt. Und das gibt es nicht. Wenn du ein Kind studiert bist, bachst du halt nicht in deine Welt. Den Weih haben wir auch den Jungen in die Schule geschickt, für das er etwas wucht. Er hat uns genug gekuscht. Ewer Stunden, jahrelang und schwarze Arbeit, wie spät in die Nacht hinein. Na, er ist auch etwas wahrgenommen. Professor ist er, im Perigord. Dort hat er einige Hörer. So eine Bub, eine geschminkte, nette. Wenn sie miteinander reden, so geschnirrgelt, so schnell, dann komme ich nicht mehr mit. Obwohl ich auch einmal Französisch habe gelernt. Na ja, wir sitzen auch wenig mehr in den Häusern. Was soll das auch in X-Häusern suchen? In X-Häusern ist nichts für Touristen. Ja, was kann man schon in X-Häusern? Fischen, wenn der Bach nicht gerade versäut ist? In den Kines gehen, Fleisch fangen? Oder auf den Ball am Samstag, wo sie aufeinander losdrischen mit Flaschen und Veloketten? Nein. Der Junge will nicht mehr durch uns. Dem gefällt es besser drinnen. Drinnen sind Leute auch ganz anders als du. Er sagt es immer wieder. Und drinnen reden sie auch kein so sehr grobe Sprache wie mehr. Was wahr ist, ist wahr. Die Frau meint alles wohl, mannisch mal. Er hat, er sollte, es wird doch gut, wenn. Und nun kennt man keine Kinderkinder kommen. Wurde sie einander fremd und so weiter. Die Frau johmert alles wohl, mannisch mal. Aber die Weiber verstehen das nicht. Dass wenn man einmal aus dem Mischhäusern ist, man keine Lust mehr hat, für wieder auf dem Mischhäufe zu sitzen. Habe ich nicht den Rest. Die Politik habe ich nicht genannt. Auch noch 40, wo die Schwaben sind gekommen, habe ich mal die Koste aufgerissen. Und noch haben sie mich eingesperrt für eine halbe Jahr. So habe. Das hat mir gelangt für Hose und Schilie. Seht ihr, erholt diese. Ich würde mich nicht einmal nicht mehr aufreien, wenn die in Paris Quatsch verzapfen. Sehen Sie doch. Änderen kannst du doch nichts dran. In Russland bin ich noch gesehen. Wie alle Elsässer. Mann, das hätte es gemacht. Alles, salut. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Unsere Jugend schon gar nicht. Herr, die, wie heizen das so wohl ist die Sinn, die Langhorischen, die am Samstag oben auf dem Ball grampolen. Unsere Junge, die nichts mehr gut genug isst. Herr, denen hätte ich ein paar Monate Russland gewonnen, dass sie wieder auf andere Gedanken kämen, und das Leben zu schätzen lernen, das einfache Leben. Meinen Sie nicht auch? Ich bin auch wieder heimgekommen. Und noch ist Schluss gewesen mit dem Nazi-Zirkus. Und seitdem soll man, wie gesagt, keiner mehr mit Politik kommen. Mit Autonomisten und so schwöre Dings. Ich bin ein Götter Franzose und Ferti Basta. Ich habe immer für den Degaule gewählt. Der hätte ja auch nichts mehr gehabt für die Politik. Und wenn wir denen nicht hätten gehabt, dann werden wir heute rot. Zählt es auch nicht. Zählt man ja keiner kommen mit den sozialistischen Merlen. Ich weiss, wie es dort aussieht bei den Sowjet. Ich bin dort gesehen. Nur lieber nur für die Kapitalisten wählen. Für die, wie Ordnung willen. Und keine Rote in so einer Reihe. Es ist einmal so auf die Welt, dass es von denen müssen gehen, die das Geld haben und kommentieren, und von denen wie unser eins, die arbeiten und arbeiten, das ist ein natürliches Gesetz. Das hat man uns gelehrt. Und wo kämpfen wir dann hin, wenn du auch jeder kommentieren willst und dem Patron vorschreiben, wie die Fabrik zu feiern ist. Und es geht uns ja nicht schlecht, oder? Kann man nicht, was wir brüchern? Früher hat es nicht alle da Weissbrot gegeben und Schokolade. Früher hat es nur den Herren auch da gegeben. Heut aber jeder Zeit ein. Mein Patron zum Beispiel. Mit dem kannst du reden. Bei uns in X Häusern hat er die Yacht. Und ich darf alles mitvertreiben, wenn die Treibjacht ist, auf Hose und So. Er ist sogar einmal zu ihm hergekommen, für mich mit seinem Weih abzuholen. Männle, wenn man so einen Karri ist, sind wir noch nie gesessen. Die Gasse ist kaum breit genug gewesen. Ich habe ihm einen Schnaps ausgeschenkt, selbst gebrände. Mensch, der muss höchst und schlugen. Der ist halt das fehlmässig scharfe Dinge nicht gewöhnt, gell? Aber Komplimente hat er mir gemacht. Und wie? Dass ich der beste Treiber bin, im ganzen Geil. Dass wir Elsässer überhaupt erstklassige Treiber sind. Und wie er offizierisch war, hat er noch gesagt, wollte er immer Elsässer als Burschen haben. Und die Elsässer waren auch immer bis du es erschönt gewesen. Ja, ja. Nach seinen alten Zügen geboren, unser Wild vor Anderli zu flinden zu treiben. Oder stimmt's nicht? Ja. Und was habe ich noch sagen wollen? Ah, noch hat er mich ein bisschen geüzt, so auf seine feine Pariser Art, weiss er noch. Warum, dass wir zu Hause noch die alten bäufellischen Mebel herumstehen, wo der Wurm drinnen huckt. Mebel, wo sicher vom euer euer Grossvater stammen noch? Allez, Monsieur Schorsch. Da willst er doch in seiner Fabrik so schöne, moderne Mord und nicht dir dabei, gar nicht dir. Ja, ich weiss es, habe ich gesagt. Allez, hat er gemeint. Allez, Schorsch, gehen doch ein bisschen mit Ihrer Zeit, sehr modern. Schlesli, müssen es doch auch verkauft werden, was wir miteinander fabrizieren, nicht? Ja, und was will noch halt, ich habe nicht keinen Eins haben. Den ganzen Grimpel hat er mir noch abgekauft, stumpf und still. Für die koste Euro, die alte Wurmsteche drei, der Verrostbummer hoffen, der Bäufeli altkaufen und der Teufel weiss was alles nur, was er im Keller und auf der Kost gefunden hat. Und jetzt kann er zu uns kommen, jetzt ist bei uns alles geschleckt, glitzerig und modern. Wenn der Junge mal wieder heim kommt, der wird steunen. Das Letzte hat mich noch der Patron gerufen. Ich verstehe mich doch gut, auf Schreinerei hat er gefreut. Klar, habe ich gesagt. Und noch hat er mich mit heim genommen zu und ich habe den Alkaufen repariert und die Räume zusammen gepflegt und vom Bummer auf der Rosten wege kratzt. Und jetzt soll er sehen, wie mein altkrimpel so schön in seinen Salon passt, wie im Museum Savich ist. Ein Plaisir ist, seit es sacht er an sie gingen, ein vrai Plaisir. Unter uns gesagt, bei Antiquar hat er dafür dreimal mehr bezahlt, als ich verkauft habe. Ja, mein Patron, der versteht etwas vom Geschäft und der Kunst. So, das wäre alles. Sonst hätte ich nichts zu sagen, zu Piste schon gar nichts. Habe es vor ich schon gesagt, was ist denn in so Leben drinnen? Nichts als arbeiten, arbeiten, am Sonntag einen drauf machen, am Sonntag in Kirch und sonst nichts mehr. Das grüne Leben von X-Häuser Elsässer. Habe gekurriht, habe mich gefühlt, weil mich so dressiert ist geworden, habe mich auf einen Säcklen wie es so gehört für uns einen, der nichts zu melden hat, Nährungs. Ob ich zufrieden bin mit Nähr? Ja, nein, warum nicht? Obwohl, obwohl ich als Mann mal das Besse gefehlt habe, dort etwas letztes gemacht zu haben. Aber was? Aber was? Ich muss mal mit dem Jungen drüber reden. Aber der kommt ja nicht Mihai.